Es ist sicher ein Vorteil in der Betriebszentrale der Migros Schweiz zu arbeiten. Als Mitarbeiter kann man billige Tanken für das Auto. Man kann ein Handy-Abo über Migros lösen. Es ist einfach einmal schön, in einem Betrieb zu arbeiten, der einen grossen Namen hat, der grösste Tätelhandel, der Händler der Schweiz ist und regionale Produkte. Da kann man alles dahinter stehen. Jede Minute ist das Zalt, wo man hier ist. Man kann alles stempeln. Es ist ein cooler Betrieb. Eine neue Mitarbeit ist sicher eine Grundausbildung als Metzger mitbringen. Das Know-how ist unverzichtbar. Es ist sicher ein Berufstolz. Arbeitsfreudig ist auch schön, wenn man selber ist. Ein Teamfähig sollte man sehen. In einem so grossen Team ist es unverzichtbar. Da muss jeder miteinander auskommen und arbeiten. Bei uns arbeiten die Leute von 14 Nationen in der Grobzenlegerei. Ich finde es auch noch interessant. Man lernt ein bisschen andere Brüche und eine andere Kultur kennen. Das ist eine sehr coole Erfahrung. Man muss einfach mal miteinander so etwas machen. Du wirst herzlich empfangen. Es hilft dir allen. Es ist streng. Aber wenn man im Team etwas erreichen kann, ist es wunderschön, wenn man sagen kann, Das haben wir heute gemacht miteinander. Super Jungs. Bis morgen. Auf Wiedersehen.